...dunkler wird. Und dann kommt er. Jackson startet seine Show klassisch mit I wanna be starting something. Das Videomaterial, das uns das Management zur Verfügung stellte, ist leider sehr schlecht. Michael hat hier also jede Menge Macken in Bild und Ton. Nach Fernost-Australien und Amerika stürmt der Superstar jetzt die alte Welt. Zum ersten Mal German Youths and the East German Police, while the kids were trying to hear Jackson. In Berlin, last night's concert by the Gloved One was a dream come true. Jackson was there for the 40th anniversary of the Berlin Airlift. But the pop star has fans on the other side of the wall, too. And East German teams craned there next to hear him. But authorities there built special fences to keep the crowds away. And police attacked a TV crew with cattle. Celebration of the Berlin Airlift and thousands more listened on the other side of the wall in East Berlin. Und wie ist Michael als Chef? Der Thriller unter 2,500 Scheinwerfern und einer Power von 800,000 Watt. Berlinqing. Berlin Untertitelung des ZDF, 2020